Jo Leute, was geht ab? Ich bin's Helmut wieder auf meinem Kanal. Heute machen wir eine neue Herausforderung von Neymar GR, Abkürzung Junior oder Junior. Schieße als Neymar GR ein Tor mit dem Spielzeug Fußball. Das machen wir mal in diesem Video. Plus als Neymar GR durch Dropkick erreichte Schussdistanz mit dem Spielzeug Fußball. Er kriegt einmal ein Rückenauswand, einmal die Pickaxe und das kommt noch und bevor wir beginnen. Ihr habt sicherlich schon in den Spind gegangen und habt diesen Style gesehen. Ähm, ja. Ihr habt viele Sachen nicht bekommen, Leute. Warum? Ihr geht einmal auf den Battle Pass. Ähm, hier ist Stufe 100. Einfach mal weiter. Weiter. Hier habt ihr dann alles freigeschaltet. Aber wenn ihr anderes Deal wollt und andere Sachen, die ihr noch nicht bekommen habt, dann guckt selber. Einmal weiter gehen. Zack. Einmal ein Spray. Einmal ein Emote. Das habe ich schon freigeschaltet. Einmal ein Tanz. Also, ihr seht schon über mir. Ich schließe epische Aufträge ab. 50 von 52 habe ich gemacht. Und noch zwei epische Aufträge. Dann kriege ich auf jeden Fall diesen Tanz hier. Also, ihr müsst einfach epische Aufträge abschließen. Dann kriegt ihr auch Sachen. Einmal hier. Ich schließe epische Aufträge ab. Ich habe 50 von 56. Äh, Luft, äh, Akrobatik. Einmal diesen Hängeleiter hier. Ist ganz nice. Und Neymar Steel. Also Steel. Ich habe 50 von 60. Ich werde in diesem Video die beiden machen. Dann habe ich 52. Dann kriege ich den Tanz, Leute. Und ja. Ich gehe direkt in den Modus rumkeilen. Und ich würde einfach mal sagen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst die Glocke aktiv, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Ich würde einfach mal sagen. Wir sehen uns gleich, wenn wir in einer Runde sind. Bis gleich. Okay, Leute. Dazu gehen wir einfach mal auf der Karte. Ganz genau. Hier. Bei Dirty Dogs. Denn da ist ein Fußball. Da müssen wir mit Neymar ein Tor schießen. Und wir müssen, also wenn ihr diesen Tanz freigeschaltet habt. Diesen Ball. Spielzeugfußball. Ähm. Dann müsst ihr einfach den Tanz halt und einfach 500 Meter weit wegschießen. Könnt es nicht nur einmal machen. Könnt es die ganze Zeit machen. Solange es 500 Meter sind. Und ja. Ich zeige euch das in diesem Video. Könnt auch in Itemshop meinen Klettercode eintragen. Time-PC-Gamer. Würde mich echt sehr, sehr freuen. Und beginnen wir direkt mal. Also das brauchen wir nicht. Also hier. Ein Ball. Das ist der Neymar Skin. Einfach einmal reinschießen. Hier. Ich schließe als Neymar ein Tor. Und dazu kriegt er ein Pickaxe. Ich hoffe das Video hat euch geholfen. Gefallen lasst. Gerne Lektar. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst euch glücklich. Keine Videos mehr verpassen. Bevor das Video zu Ende geht. Könnt auch in Itemshop gehen. Mein Klettercode eintragen. Time-PC-Gamer. Dann annehmen. Mit jedem Kauf unterstütze ich mich so. Ich möchte daran versagen. Das war schon mit dem Video. Und ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.